Musik Eine Ewigkeit haben wir auf diesen Moment gewartet. Jetzt ist es endlich an der Zeit. Der Air Computer! Was bedeutet eigentlich das Wort Computer? Computare ist italienisch und bedeutet zusammenbrechen. Reisen wir erstmal in die Vergangenheit. Wusstet ihr, dass es früher einen größeren Bildschirm gab als heute? Früher ging es immer sehr lange zum Aufstarten und die Verbindung war ziemlich schlecht. Der erste Computer wurde von Konrad Suse erfunden. Er war 27 Tonnen schwer. Das entsprechen fünf Elefanten. Der neueste Computer ist der MacBook Pro. Er stand von der Marke Apple. Der Mikroprozessor ist das wichtigste Teil des Computers. So hat der erste Mikroprozessor ausgesehen. Heute gibt es viel mehr Apps als früher. Und früher kostete das Internet. Heutzutage haben Klassen auch Laptops, Surfaces, Computer in der Klasse. Ciao! 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 Okay, wir können den nochmal neu. Wieso? Ja, wir sehen nur das Computer. Why are you balling me? Also, Team, ist das Wort Computer? Ist das Wort Computer? Computer ist italienisch und bedeutet... Gott, Team! Gott! Das war's! Wir hoffen, es hat euch gefallen!